Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal ausführlich unterhalten. Was kriegst du? 100, 150? Du sollst dich nur mit mir unterhalten. Ich habe dich bestellt. Du brauchst mir deine Zeit nicht zu schenken. Gut. Dann ziehe ich mich aus. Das ist die übliche Gegenleistung. Lass doch den Unsinn. Du hast mich dafür bezahlt. Für 200 ziehe ich mich immer aus.